Nach Berichten über mutmaßlichen Abrechnungsbetrug in privaten Corona-Testzentren plant Bundesgesundheitsminister Jens Spahn strengere Überprüfungen der Einrichtungen. Man werde schauen, ob die Kontrollmechanismen nochmal verschärft werden müssten, sagte Spahn am Wochenende in Pretoria. Eine nachträgliche Kontrolle sei bereits vorgesehen. Die Unterlagen müssten jeweils bis 2024 aufbewahrt werden. Auf Twitter ergänzte Spahn, jeder, der die Pandemie nutze, um sich kriminell zu bereichern, sollte sich schämen. Es sei gut, dass die Staatsanwaltschaft bei den bekannt gewordenen Einzelfällen die Ermittlungen aufgenommen habe. Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR hatten berichtet, dass in Corona-Teststellen vielerorts mehr Tests mit dem Bund abgerechnet worden seien, als tatsächlich vorgenommen wurden. Seit März hat jeder Bundesbürger Anrecht auf mindestens einen Test pro Woche. Die Kosten übernimmt der Bund.